hallo und ein herzliches willkommen zu dem gefecht hier schön dass ihr wieder dabei seid ja wir sind gar nicht so schlecht dabei aktuell das sieht eigentlich bisher auch ganz solide aus dann gucken wir mal okay und topside haben wir einen ballrock am start dann ist noch da so ansonsten bin ich gerade an der festung dran ja talien hat auf jeden fall eine komplette armee an katapulten wir am start für den einen bringen dass meine sicherheit die einwaage den ballrock konnte ich überstehen das hat mich auf jeden fall ein bisschen was gekostet muss man sagen auf jeden fall gerade in bladowinos base auf jeden fall so ein bisschen drin ich hätte auch noch einen wurm als wir in der armee von ihm sehen von wem von einem von den beiden halt kann ich den wurm reinsetzen da hier zum beispiel hier unten ist auch zum beispiel was mittel wurde besiegt oder ist da noch ein wurm von ihm am start ich habe auf jeden fall ein wächter jetzt den ich einsetzen könnte ein kampf toll okay das ist nicht so gut dann sammle ich mich hier noch ein wächter sammle ich mich hier noch mal kurz nach produktion hat vergessen ich mache mal ein paar landieren mal gucken haben sie haben auf jeden fall nicht mehr zu viel ich habe noch einen drachen gesetzt das sind die beißt das Auge beobachtet uns okay gg im mittel wurde besiegt okay blader wiener ist schon dort ach so der ist rausgegangen oder was ist alles am tat hingegangen ja umso besser ne der hat ja noch eine festung habe ich halt ganz down gekriegt da habe ich noch riesen der könnte es noch hinkriegen und Das war's für heute. Was hat der denn an Katapulten? Junge, 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 Junge. Ja, aber das Spiel ist eigentlich schon durch. Das Spiel ist, ja natürlich ist das Spiel durch. Ich muss sagen, ich kann mit eurem Tempo da nicht wirklich mithalten viel. Das ist ein Tempo, was jeder von euch da im Rollernarm hinlegt. Ich klicke hier die ganze Zeit wild um mich herum, das ist irgendwie nicht so geil. Okay, er hat hier eine komplette Welle, die er jetzt hier los schickt. Na gut, jetzt hat er noch Sperrfeuer hier. 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 da seid ihr an euren einsteller Aber das sollte doch gleich vorbei sein. Noch mal Dunkelheit einsetzen. Ist das das letzte? Ne, da unten baut er ja auch noch mal irgendwie was. Das sollte dann wahrscheinlich das letzte sein. Baumeister nehme ich hier noch mit. Ne, irgendwo hat er noch was stehen. Hier auf der anderen Seite, vielleicht da wo Leilowino alt ist. So. Okay. Hm. Hm. Da ist noch ne. Ja. Oh, Krupe. Ja, jetzt noch eine. Kionsanlage. Ja, irgendwo hat da noch was. Ja, links oben. So. Ziemlich weit oben. Ah, ja. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Sehr schön. GG. GG. Das haben wir mal gewonnen. Nochmal. Hab ich wenigstens auch mal gewonnen, ja. Genau. Ja, GG. Ja, GG. Ja, nochmal. Dreimal Orks hintereinander. Mordor ist so eine Pisse einfach nur. Ekelig. Naja, die Trolle sind doch stark. Ja, geht, ne. Das Ding ist, wenn deine Reiter halt Piki überreiten und ich die nur nicht weiter habe. GG. GG. Im Fall GG. Ne. Ja. Das war's dann an der Stelle. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und wenn ihr auch mal mitspielen wollt, dann einfach auf den Discord da immer joinen. Link ist da für in der Videobeschreibung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao.